Wir sagen euch an, den lieben Advent, seht die erste Kerze brennt, wir sagen euch an, eine heilige Zeit, wachet die Welt in mir allein, freut euch, ihr Christen, freut euch sehr, schon ist da der Herr. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ein herzlicher Gruß hier aus der katholischen Kirche Marie Heimsuchung. Normalerweise stünden wir jetzt bei Einbruch der Dunkelheit auf dem adventlich illuminierten Kirchplatz. Zur Eröffnung hätte der in ökumenischer Verbundenheit der Evangelische Bläserchor gespielt und viele von ihnen hätten freudig mit eingestimmt. Auch in diesem Jahr hat sich der Heimatverein entschieden, den lebenden Adventkalender noch einmal digital stattfinden zu lassen. So grüßen wir Sie aus der katholischen Kirche Marie Heimsuchung heute auf diesem Wege. Advent heißt übersetzt Ankunft. Wir erwarten die Ankunft des Herrn, also das, was wir Weihnachten feiern. Daher hat der Advent den Charakter einer Vorbereitungszeit. Am schönsten wird diese beim Adventskranz und bei Adventskalender sichtbar. Wenn an jedem Adventssonntag eine Kerze mehr angezündet wird, so wird es langsam auf Weihnachten zu, immer heller. So ist der Advent noch nicht die Zeit der strahlenden Lichter, sondern die Zeit des wachsenden Lichtes auf Weihnachten zu. Und am Adventskalender kann man dazu praktisch die Tage bis zum Fest, Abendessen und das Warten wird an jedem Tag mit einem kleinen Geschenk oder einer Süßigkeit belohnt. Wir kennen es aus anderen Zusammenhängen, dass die Vorfreude die schönste Freude ist und dass die gemeinsame Planung und Vorbereitung einer Aktion fast mehr Spaß macht als die Aktion selbst. Um den Sinn des Advents auf die Spur zu kommen, gilt es, diese Vorfreude auf Weihnachten in den Blick zu nehmen. Wenn es um die Menschwerdung Gottes geht, dann steckt darin ja ein riesengroßes Geschenk. Gott kommt uns entgegen. Er will nicht länger weit weg im Himmel wohnen, sondern Jesus will ganz nah bei uns Menschen sein. Ihm geht es nicht um eine weiße Weste, sondern er macht sich die Hände dreckig, um für uns heilsam zu wirken. Von daher lädt der Advent dazu ein, unser Herz zu öffnen und Jesus mit seiner frohmachenden Botschaft einzulassen. Reiß doch den Himmel auf und komm herab. Ist der Kernsatz eine Jesaja-Lesung? Und dieser Satz könnte als Überschrift über allen vier Adventswochen stehen. Der Advent ist eine Wartezeit, genauer gesagt eine Erwartungszeit. Es geht wiederum darum, die Füße hochzulegen und abzuwarten, noch darum, ungeduldig zu werden und zu hoffen, dass die Zeit bald vorbei ist und wir endlich Weihnachten feiern. Nein, wir erwarten etwas und genauer gesagt jemanden. Unser Warten hat also ein Ziel, ist Erwartung. Sie kennen bestimmt alle diesen viel zitierten Satz, der Weg ist das Ziel. Dieser Satz will uns lehren, geduldig zu sein, da es meist etwas dauert, bis ich etwas erreiche. Aus christlicher und auch adventlicher Sicht würde ich diesen Satz etwas umformulieren und sagen, der Weg hat ein Ziel. Um dem etwas näher zu kommen, möchten wir Ihnen eine kleine Geschichte mitgeben. Es hat über Nacht geschneit und alles ist mit einer dicken Schneedecke überzogen. Lukas und Tim holen ihre Schlitten aus der Garage und machen sich auf den Weg zu ihrem Rodelberg. Sie schauen den Hang hinauf, der glänzend mit Schnee bedeckt ist und auf dem noch nicht eine Spur zu erkennen ist. Und so wetten sie um eine Tafel Schokolade, wer von den beiden wohl die geradeste Spur den Hang hinauf zieht. Lukas macht das sehr gewissenhaft, er setzt sorgfältig und möglichst gerade einen Fuß vor den anderen. Tim hingegen stapft einfach drauf los. Als sie oben ankommen, entdeckt Lukas, dass er eine Zickzacklinie gezogen hat, während Tims Spur ganz gerade ist. Und da fragt er Tim, wie hast du das denn nur gemacht? Und dieser antwortet, ich habe nur nach oben geblickt auf den Baum. Das war mein Zielpunkt und auf diesen bin ich dann einfach zugegangen. An diesem Morgen hat Lukas zwar eine Tafel Schokolade verloren, aber die Erkenntnis gewonnen, dass man bei allem das große Ziel nicht aus dem Blick verlieren darf. Und so geht es mir auch, wenn ich an den Advent und an mein Leben denke. Wenn ich mich auf Gott ausrichte, dann komme ich nicht in einem Zickzackkurs vom Weg ab. Und wenn dann doch mal, dann hilft er mir schnell wieder, auf die Spur zu kommen. Unsere Botschaft zum Advent heißt daher, nehmt das Ziel in den Blick. Lasst uns ihn wirklich erwarten. Dazu stärkt und segne euch der uns liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Macht hoch die Tür, die Torwacht fein, es kommt der Herr, der Herrlichsein. Ein König in aller Königkei, ein Heiland aller Welt zu klein. Der Heil und Segen mit sich bringt, der allen jaubt, die Freuden singt. Gelobt sei mein Gott, mein schön verleidender Gott. Amen.